er wird heute und herzlich willkommen zu einer Runde letztes verheiratungsfreiheit um mit dem Minecraft-FM ich hoffe es war noch eine Waffe Ich auch, ich habe eine gekauft. Und eine Kevlar-Helm plus Rüstung und dann. Ja, und dann würde ich sagen, verrennen wir doch mal, ne? Ja, weil ich zumindest kann das gar nicht. Gut. 9 mm auf halbautomatisch, cool. Ich bin bei den Terrors. Ja? Ja. Ja, ich auch. Ich bin in den Sämtlen. Gott, 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 Gott. Ja, bei mir ist das gerade geliebt. Weil ich gar nicht, wenn ich schießen darf. Ja, auch die Leute, die auch sehr wie Polizisten. Alter, so ein scheiß Camper. Was wir wixen. Okay, Freundesbeschüsse schon mal nicht an, das ist praktisch. Ich habe es gerade gemerkt, weil ich dachte, es wäre ein Gegner. Du bist tot? Hm, da war ein Camper. Ich bin aus der Tür, bam, weg, war ich. Ah, Blenkranate, super. Super. So, ich habe eingetötet, habe 300 dazu bekommen. Ich bin, ich verstehe nicht, warum ich jetzt schon so lange lebe, weil ich eigentlich voll genug bin. Na, ich bin aus der Tür rausgekommen. Vorsicht, da, in der Ecke steht einer. Da wurde ich nämlich weggeknallt. Ich habe eine HE-Granate dazu bekommen. Ich habe eine HE-Granate dazu bekommen. Ich ham zu sagen. Okay, ich leb immer noch. Es ist ungewöhnlich. Also, ich muss ehrlich sagen, das ist nicht normal. Terroristen, gewin. Terroristen, gewin. Ich habe die ganze Runde über lebt. Da fuck. Ich bin gar nicht der erste gestorben, ey. Aber ich habe gesagt, ich bin Notweise von daher. Okay, dann mal los. Schrauben wir erstmal einen Schalldämpfer drauf. Ich bin schon weitergelaufen. Stimme ist hier gerade in so einem Turm rum. Ich bin noch mal rausgegangen. Ich, ich lebe noch. Ich auch. Ich hab mir, nein ich bin tot, ich hab mir keine neue Weste geholt. Ich seh dich. Ist du tot? Nein, ich lebe noch. Das ist eine P90, cool. Schau da so in deiner Ausland, damit ich hinter dich auch gucken kann. Ja, so getaktiv. Man sieht einfach, wie du die ganze Zeit laufen bist. Es ist so krank, wie man läuft. Und jetzt mal ein Gegner killen. Man, keinen einzigen Gegner gekillt, ey. Das gibt's doch gar nicht. Also, dieses Spiel ist aber wirklich ab 16. Ohne Witz. Okay, dann mal los. Also, wenn ich hiermit nichts ausrichten kann mit Dual Elites, dann weiß ich auch nicht. Frag mich nicht, wie die Waffen richtig heißen. Ich weiß nur, wie sie hier in Counter-Strike heißen. Und sie heißen hier nur mal Dual Elites. Ich bin schon wieder tot. Noch lebe ich. Vielleicht muss ich besser vorgehen. Also, ich darf mich nicht so schnell töten lassen. Es ist cool, dass man hier in jeder Runde so viel bekommt. Aber Terroristen haben's einfacher. Yeah, ich hab mich gekillt gerade eben. Ich bin sehr stolz auf mich. Heißt der einer echt? Nein, ich glaub der heißt einer Oreo. Du bist tot? Nein. Du hast noch 96% Leben. Ich seh alles. Hier ist ein Gegner, der hat noch 81. Aber von dem Rest der Gegner sehe ich das nicht. Nur von den 2 Punk, keine Ahnung. Noch ein Kill. Headshot sogar. Ich verteile nur Headshots. Ich verteile Headshots. Ich bin nur Headshots. Nein, ich hab wirklich bis jetzt nur Headshots verteilt. Keine Ahnung, ich baue einfach drauf. Ich auch. Also Pistolen zu kaufen lohnt sich nicht. Das kann ich hier schon mal sagen. Aänge in Berlin zu machen. Empt. Sie holesene. hl. Vora gånger, wo du das Buch wieso achst, Entspanieren und Spannungen. useine. establishment. die hast du auch noch 50 Euro 50 Schuss es wird instant getötet ich komme in den Seiten der Welt wo die Gute eigentlich bis im Gegensatz zu mir das gute ist so nennen mp5 die 90er viel Schuss 150 50 alles Mann ich habe diese Kämpfer Prozent und die Kacke ja das neff ich ich schaue mal welche Waffe ich mir nachher holen ich glaube schon da klar oder P90 keine Ahnung aber die Kämpfer Rüstung und die der Helm bringt fast gar nichts welche Waffe ist eigentlich macht viel Damage eigentlich bei den Kettnämpen gehts dann kosten noch so viel ne ja und ich glaube die AK macht auch noch gut schauen dann halt die ganzen Snipes und die P90 nämlich wieder P90 die ist gut hol dir am besten noch mal eine Blankgranate dazu und eine normale Granate mach ich auch immer jetzt hat Herr Schacht und hoch hoch weiter mit Doppelknarrie Doppelknarrie ist nicht gut Blendgranate Wie werfe ich denn die Granaten? Ähm, wenn du die ausrüstest So Ich hab mir ne Schrotflinte reingehauen Wenn ich erst sterbe, nehme ich mir das Nein Ich wurde direkt wieder getötet Ja Ja Ich seh's und ich war sofort tot mit einem Schuss Als wird der getötet, der mich getötet hat Ich muss echt besser vorgehen Und du hättest Die große Kiste da hinten, ne, direkt hinter dir, die war Ja, wurde ich erschossen So krank Wie toll ist es, wie toll ist das eigentlich bei Steam? Ach egal, alles in der Beschreibung Alter Mann, ich kann ja noch niemand dein Killen Schreibst du auch alles in die Beschreibung? Ja Einen Desert Eagle, eine... Oh, das ist einfach so Der speichert die übrigens auch, ne? Mhm Ja, ich kann wenigstens ein-Killen Alter, da hat ein Ketten-MG der Typ, der mich gekillt hat Na gut, man muss dazu sagen, ich bin voll in die Arme gelaufen Trotzdem nervt's einfach Ich hasse die Camper hier Da ist einer, ne? Dieser Peepa-Platz-Kack Oder wie der auch immer heißt Das ist so ein Camper, ne? Hat einen Ketten-MG und hockt die ganze Zeit an der Wand Ich konnte einen töten Bist du tot? Ja, du hast auch von dem Typen mit dem Ketten-MG getötet Ja, ich Also Wie gesagt, es wird letztes Fall Call of Duty vielleicht so ausreißen, also nicht wundern Ja Hey, dann ist das schon das zweite Let's Fail auf meinem Kanal Was hast du noch? Let's Fail Call of Duty Sprengkommando Ach ja, genau Normalerweise, ich weiß nicht, was mir in der Aufnahme mit mir los war Normalerweise bin ich da drin voll gut Du müsstest das mal so, diese komischen Montagen machen, die eigentlich alle müsstest du mal machen Falls du weißt, was ich meine Diese Montage zu Boah, wir sind sowieso die besten der Welt Wo alles einfach rausgeschnitten wird, was schlecht ist Ich gehe runter Ich habe jetzt einen Ketten-MG-Schnaps Nein, ich habe jetzt einen Ketten-MG-Schnaps Nein, ich habe jetzt einen Ketten-MG-Schnaps Nein, ich kann, ich habe jetzt einen Ketten wie ich Und ich habe then, muss ich überall BAMS, da wurde die ganze Base ausgerottet. Hast du der Base ausgerottet? Oh ja. Ich habe jetzt erstmal Ketten-MG einfach was am Boden lag geschnappt. Ja, ist auch gut. Ich habe damit gerade fünf Leute oder so gekillt. Pumkar ist auch gut, aber mhm. War noch nie so ganz mein Fall. Genau, der hat mich gekillt. Lars Kill. Rache Engel, töten Sie einen Gegnerin, Spieler in derselben Runde, töten Sie einen Amok laufenden gegnerischen Spieler. Krass. Zum Glück kostet das nicht so viel. Das unbewegliche Objekt. Boah, ich habe so viel jetzt bekommen. Jetzt gibt es auch die Fresse. Oh ja. Boah, nein. Tod? Ja. Weil ich gerade Granate hatte. Genau, ich habe keine Granate. Scheiße. Ich habe die ganze Zeit nur Double Kill. Ich suche dich gerade. Ich finde dich nicht. Da. Da. Wie so ein Pummel immer nach oben schauen. Du kannst ja mit voll die Base ausrotten, ey. Das ist so krass, ne? Sparsam. Da kommen gleich noch mehr, ne? Nein! Aber... Acht getötet. Sicher notladen. Ah, so teuer ist es jetzt auch nicht. Mhm. Also es gibt Schlimmeres. Blendgranate, Ausrüstung. Aber am besten ist es einfach, wenn du die von Anfang an hast. Also wenn du dir einfach ein Verboten klaust. Mhm. Wenn es dann günstiger ist. Ja. Sollte. W- 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 Faktor ich glaube gleich machen wir auch schon geschlüpfen weil das sollte reichen um zu sehen Alter wie ich jetzt keinen getroffen habe bist du tot? Ja aber ich habe vorher nochmal zwei gekült ich glaube aber das sollte reichen um zu zeigen wie geil Counter Threat ist ja dann würde ich sagen sehen wir uns ne? im nächsten Video und ciao tschüss Spiel Ben mit 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 mit